So, auf jeden Fall, hier, zack, zack. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So. Wieso bastle ich jetzt eigentlich da unten weiter? Das kann mir doch bestimmt mal jemand erklären, warum wir jetzt hier unten sind. Das war so eigentlich überhaupt nicht geplant. Und ich wollte jetzt hier auch gar nicht so weiterbauen. Aber ich glaube, ich habe da eine tolle Idee. Und jetzt muss ich das natürlich wieder, äh, dieses Baustellen springen immer. So viel zum Wolkenpalazzo, den haben wir ja super fertig gekriegt. Naja gut, aber da gehen wir bestimmt bald wieder hin. Ich muss da vielleicht mal rumprobieren, was man da machen kann. Oder vielleicht habe ich ja von euren Tipps, vielleicht ist da richtig Hammersachen dabei, die mir dann wieder viel zu hoch sind. Bau doch den KGB, die Schaltzentrale da oben. Bau die Pyramiden von Gizi. Bau einen Penis aus Erde. Ja, komm. So, ho, 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 ho. Jeder Mensch ist ersetzbar. Ist eigentlich schon... ...ein bisschen deprimierend. Ich hoffe, dass nichts Böses passiert. Hört sich schon ein bisschen traurig an, muss man sagen. Ich hoffe, da ist nichts passiert. So, jetzt momentan befinden wir uns ja nicht in der Höhle. Ich müsste mal wieder... Ach, Alter, der Neter. Wir haben im Neter ja auch noch so viel zu tun. Ach, du Scheiße. Das habe ich ja ganz vergessen, was da so abging. Puh. Wir müssen unbedingt wieder in den Neter. Was bestimmt super wird mit den Ghasts und so. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ach, ist draußen schon wieder Nacht, ja? Oder ist das hier nebenan so eine Höhle? Ach, hier nebenan müsste ja auch die Piratenhöhle sein, ne? Wenn man die so nennen darf. Das, was mal die Piratenhöhle werden sollt. Das müsste ja genau hier nebenan sein, so. So, ich glaube, das reicht dann auch erstmal hier in der Länge. Eigentlich müsste es noch viel länger werden. Aber ich will euch das ja nicht alles am Stück zumuten, weil das wird ja auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, wir werden ja noch was richtig Schniekes draus machen, auch wenn das jetzt momentan noch relativ unschnieke aussieht. So, die Kobbels nehme ich mal wieder mit. Die können wir gebrauchen. Jetzt brauchen wir hier unten noch einen soliden Boden. Und dann haben wir es erstmal. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier links und rechts, dass es da immer so ein bisschen abgeht. So, hier hatten wir ja unsere kleine Höhle, ne? Die können wir jetzt ja auch nutzen. Zumindest als Durchgang. Ich warte ja immer drauf. Ich warte ja immer drauf. So, mal gucken. Huch! Ist wieder so dunkel hier hinten, dass ich wieder gar nichts sehe. So, Moment. Jetzt hier erstmal wieder eine Fackel rein. Und dann kann ich ja mal gucken, das ist hier eins, zwei, drei. Ist dann wirklich hier so, ne? Dann muss ich da den Teil der Höhle zumachen. Zack. Und hier ruppe ich dann einfach die Erde weg. So, und hier das Ding, damit man auch genau sieht, wo es weiter geht. Ich freue mich schon, wenn da oben das Wasser runterkommt, weil wir hier unter irgendwelchen Feldern sind oder sonst irgendwo. Aber theoretisch müsste es doch da, müsste es doch da, müsste es doch da. Ja, zur Monsterfalle müssen wir echt mal. Ich kriege ja schon mehrere Tweets, dass wir hier zur Monsterfalle gehen sollen. Hm. Das wäre nicht die schlechteste Idee. So, wo kommen wir raus? Äh. Das ist die kleine Höhle. Wir sollten ausnutzen, dass hier gerade keine Viecher sind. Ich beleuchte lieber mal. Dann geht der Plan ja langsam auf. Hey, Grunk, du hast doch gar keinen Plan. Du machst die Scheiße doch einfach nur so. Nee, nee. Hier habe ich tatsächlich auch einen kleinen Plan. Wobei ich dann genau gucken muss, wie wir diesen Plan ermöglichen. Das wird noch ein bisschen tricky, aber ich glaube, das wird schon ziemlich geil. Wenn wir es dann erst mal fertig haben. So, ich lasse es ja erst mal so unten so sperrangelweit offen. Was ich machen könnte, wäre natürlich jetzt hier schon mal... So, da könnte ich ja schon mal die Dinger machen. Und hier... Die Erde würde ich am liebsten mitnehmen, ehrlich gesagt. Ah, und da oben tropft schon das Wasser runter. Das ist ja ein Traum. So, mal gucken. Ich baue erst mal bis da vorne. Also, nicht wundern, ne? Ich habe was vor und, äh... Nicht wundern, dass wir uns so lange hier unten aufhalten. Das wird aber, glaube ich, ganz cool. Hoffe ich zumindest. Bin mir da noch nicht so sicher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sonst würde ich nicht so lange hier rumhampeln. So, wupp, wupp, wupp. Und dann können wir gleich die Erde sammeln. Eins, zwei, drei. Huch. Ich glaube, das reicht. Und dann machen wir bis hierhin erst mal. Da, komm schon, da. So, auf der anderen Seite gehen wir dann. Können wir ja ruhig bis hierhin machen. Ist ja Wumpi Wumpe. Und dann, das können wir hier auch alles raushauen. Da scheißt doch der Hund drauf. Hier hinten, das lassen wir einfach mal diesen engen Slot. Das ist ja egal. Das sieht ja keiner. So. Mist. So, mal gucken, ob wir die zwölf noch verbaut kriegen. Ich glaube eher nicht. Obwohl doch, wir müssen ja noch die Decke machen. Dann können wir wieder Erde mitnehmen. Ach, ganz großes Kino. Na, das war das. So, da kommt jetzt auch nochmal. Da kommt jetzt auch nochmal. Nee, doch nicht. Ach, da war ja der Erdkrum. So, jetzt kann ich es vorsichtig. Mh, 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 mh. Mach ich dann auch bis dahin? Jawohl, Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen leiser bin, ich überlege gerade so ein bisschen wie ich das genau machen soll alles So jetzt kann ich wieder Erde mitnehmen Hab ich noch Cobbles, jawohl, haben wir auch noch, wunderbar Mal schauen, vielleicht reichen die ja sogar So Wieso baue ich eigentlich gerade so komisch, na egal So jetzt haben wir das hier ausgebaut und jetzt das hier kommt weg, da können wir oben den Weg gleich noch mal neu machen Ach gucke mal, das kommt auch noch weg Ja, was soll's, machen wir hier eben auch noch und dann müssen wir nur gucken, dass wir dann da um die Ecke kommen, das machen wir aber später, ne Ich bin mal sehr gespannt, wie ich das hier hinkriege Natürlich, wenn überhaupt, das weiß man auch noch nicht so genau So, scheiße, jetzt kann ich die Dinger, die Half-Steps nicht mitnehmen, scheißen Dräg Das heißt, ich lege erstmal ein wenig Erde ab, so Ich frage mich, ob du uns erzählst, von welchem Minecraft-Ort du die Sessions startest, die ist doch schon längst am Laufen, Kollege Das war übrigens der John, der gefragt hat, JohnCore92 So, ich geh mal ganz kurz unten einsammeln, ne, hier Almosen und so, weil ich, äh, so geldgeil bin Die Slabs lass ich mal hier, aber Treppchen nehm ich mal mit Ja, jetzt hoffen alle, dass ich mit den neuen, äh, Texturen spiele, also ne, mit den, äh, meine Kraft-Texturen Schon wieder dunkel draußen, scheiße Ähm, aber das funktioniert leider dieses Mal noch nicht Wie gesagt, das wird erst was in der nächsten Aufnahme, ich beeil mich ja schon, so gut es geht So, mal gucken, jetzt die Treppchen hier irgendwie verlegen Boah, immer wenn die Schafe da oben was rausreißen, krieg ich ja unten Paras So, wie jetzt zum Beispiel auch, ach du Scheiße So, wupp, 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 wupp Und hier natürlich auch, wupp, 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 wupp Vielleicht kann ich das ja von hier aus machen Klappt soweit super Hier lass ich offen Na, 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 na Und hier lass ich auch mal offen Und damit haben wir schon keine Treppchen mehr, aber die Slabs haben wir noch So, mach ich mal hier ein bisschen, zack Und hier eben so Slabs hin Man sieht schon, in welche Richtung es geht Und vielleicht kann man schon erahnen, was ich dann letzten Endes mit dem ganzen Konstrukt vorhabe Hm So Was machen wir denn jetzt? Ach, dann kann ich hier theoretisch wieder eine Leiter anbringen Man muss hier nicht immer so dämlich hochspringen Ist es jetzt Tags oder ist es Abends Boah, wenn man so Kellerkind ist, dann verliert man auch so ein bisschen den Hang zur Zeit, ne? Hab jetzt gar nicht mitbekommen Oh, und ich muss essen, wenn man Kellerkind ist, dann vergisst man auch zu essen Scheiße So, nehmen wir hier nochmal das Treppchen, können wir nochmal mitnehmen Die Slabs können wir auch nochmal mitnehmen Und vielleicht sollten wir uns dann wirklich mal was zu essen machen Aber erstmal wieder in den Keller Ich freue mich ja schon, wenn das da unten einigermaßen fertig ist Mach ich das lieber so? Ja, ich glaube das ist irgendwie cooler So, pass auf, jetzt mach ich da Da, 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 da Ist das richtig? Ja, doch ist richtig So, dann hier, 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 hier Ach, nee, das wollte ich ja gar nicht Hm, wie mach ich das denn? Ich lasse das einfach so, ne? Da müsste ich aber hier vielleicht Slabs hinmachen Slabs Muss ich jetzt Slabs hinmachen So, zack, zack Und auf der anderen Seite mach ich da Einen Slabs hin Und da mach ich auch ein Slabs hin So, sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus teilweise Ich glaube, den kann ich mir dann direkt sparen Und die kann ich mir dann auch direkt sparen Dann lasse ich das hier so offen Dann kommt man da rein Dann geht es hier so weiter Naja, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ehrlich gesagt Aber was willst du machen? Geht nicht anders, leider Guck, 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 guck! Guck, guck, guck!